Und damit endet die zweite Abstimmung und ja, eigentlich hätte ich jetzt die dritte Abstimmung gestartet, aber wir haben ein kleines Problem und deswegen, Spaß beiseite, ja, ich bin DonF204, aber das wisst ihr ja sicherlich alle, sonst werdet ihr nicht hier. Oder, wir haben ein kleines Problem, als ich um 11, jetzt ist es 18 Uhr, durch, ich habe schon länger darüber nachgedacht, wie ich das Problem löse, ich habe um 17 Uhr dann nochmal geguckt, egal, seit anderthalb Stunden überlege ich jetzt. Ähm, egal, zurück zum Thema. Als ich gegen um 11, ähm, in die Abstimmung geguckt hatte, hatte das Ganze 12 Stimmen. So. Und da hatte Johnny Bot Studios genau 2 Stimmen. Und jetzt, als ich so gegen 17 Uhr nochmal in die Abstimmung geguckt hatte, hatte das Ganze 17 Stimmen, also 5 Stimmen mehr. Und Johnny Bot Studios, ähm, Herz-Logo hatte exakt 5 Stimmen mehr. Das heißt, alle neuen Stimmen, also alle neuen Stimmen, die seit um 11 reingekommen sind, gingen an Johnny Bot Studios. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, ging das mit rechten Dingen zu? Oder nicht? Und das ist eine berechtigte Frage an der Stelle. Wie kann ich hundertprozentig ausschließen, dass da nicht irgendwie, auf irgendeine Art und Weise betrogen wurde? Und das kann ich halt einfach nicht. Ich kann nicht ausschließen. Es geht nicht darum, ob es passiert ist, ob Johnny Bot Studios dabei betrogen hat, durch Fake-Accounts oder wie auch immer. Aber darum geht es auch gar nicht. Es wurde auch von mir nie, ähm, ausdrücklich, ähm, verboten, mehrere Accounts zu erstellen. Also kann man das auch vom Prinzip her nicht als Betrug werden, wenn man es so will. Sagen wir mal, wir würden jetzt Johnny Bot Studio, Calastelio Arme Logo, ähm, Calastelio Input Logo, Mimi Pixel Wild Logo und Pegismo Altes Profil Bild Logo ins Finale holen. Und dann würde jemand, egal wer, am Ende, kurz bevor die Abstimmung zu Ende ist, sehen, dass er nicht gewinnt. Und würde dann selber nochmal schnell in den letzten, sagen wir mal 15 Minuten, schnell nochmal mit seinen anderen 10 Accounts, ähm, für sich selbst abstimmen. Oder Freunde fragen, ob die für einen abstimmen schnell noch, um das Ruder nochmal rumzureißen. Das Problem an der Sache ist einfach, dass das Ganze dann irgendwo eher in die Richtung ausartet, wer selbst, für sich selbst, am meisten Stimmen zusammenkratzen kann. Und nicht, ähm, es geht dann nicht wirklich um das eigentliche Logo an sich. Und das gefällt mir gar nicht. Weil die Leute, selbst wenn ich jetzt meine Freunde dazu bringe, ähm, für, ähm, mein Logo abzustimmen, dann stimmen die trotzdem nicht für mein Logo, sondern sie stimmen für mich als Person. Und wir suchen hier das beste Logo und nicht die beliebteste Person. Und das gefällt mir halt alles gar nicht. Das System ist, auf gut Deutsch, nicht sicher genug. Aber mir ist seit anderthalb Stunden, ich denke da jetzt anderthalb Stunden drüber nach, ist einfach kein anderes sinnvolles System eingefallen. Ich weiß nicht, wie wir das Ganze handhaben. Ich könnte natürlich selbst sagen, ähm, wir, wir, wir canceln die Abstimmung, brechen alles ab und ich bestimme, wer gewonnen hat. Aber das ist halt auch Quatsch. Das ist halt nicht Sinn und Zweck dieser Übung. Aber, wenn ich noch eine Abstimmung mache, habe ich halt die Befürchtung, dass das von mir, ähm, genannte Szenario eintreten könnte, dass irgendjemand unbedingt gewinnen will. Es gibt ja nichts zu gewinnen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass jemand, ähm, unbedingt die Absicht hat zu gewinnen, weil man bekommt ja nichts dafür. Nichts wirklich. Und demzufolge, ähm, habe ich mir darüber nicht wirklich Gedanken gemacht im Vorfeld. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, mache ich mir halt Gedanken darüber. Ich will hier Johnny Bot Studios in dem Moment nichts vorwerfen. Es, es, es spielt gar keine Rolle, ob da irgendwas passiert ist oder nicht. Darum geht es gar nicht. Ähm, es geht halt nicht um die Vergangenheit, nicht um diese Abstimmung hier, nicht um die zweite, sondern es geht um die dritte Abstimmung. Und wie kann ich diese, ähm, etwas kontrollierter verlaufen lassen? Und das würde ich gerne von euch wissen. Schreibt einfach alle möglichen Ideen, die ihr habt, in die Kommentare. Wenn ihr mehrere Ideen habt, könnt ihr auch mehrere Kommentare schreiben oder alles in einen Kommentar klatschen. Ähm, wie sollen wir das Ganze handhaben? Diskutiert selber ein bisschen drüber. Guckt euch andere Kommentare an, falls welche vorhanden sind. Und kommentiert auch diese bitte. Wir suchen eine Idee, die das Ganze ein bisschen fairer gestaltet. Weil irgendwo, finde ich, ist das ganze System halt so, wie es jetzt ist, nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Ich kann nicht nachvollziehen, was hier passiert ist. Warum hat, ähm, Johnny Bot Studios plötzlich, also plötzlich in Anführungszeichen, fünf Stimmen gewonnen? Und vor allem alle fünf Stimmen gingen an Johnny Bot Studios, obwohl es vorher eigentlich nicht so gut aussah für Johnny Bot Studios Herz-Logo. Und da macht man sich halt doch Gedanken, ob das nicht vielleicht irgendwo Unklarheiten schafft. Und wie kann ich das Ganze vermeiden? Ich denke, ihr habt grob verstanden, was mein Problem ist, aber warum auch nicht? Ihr seid ja auch ein paar helle Köpfe, sonst würde ich euch auch nicht fragen, wie ihr das Problem lösen würdet. Wie gesagt, es geht nicht um die zweite Abstimmung und es geht auch nicht um die erste Abstimmung. Es geht hier um überhaupt keine Abstimmung von den beiden. Es geht um die Zukunft. Also, es spielt gar keine Rolle, ob hier betrogen wurde oder nicht. Ähm, wir schicken Johnny Bot Studios Herz-Logo ins Finale. Und Kalastelios Arme-Logo und wir schicken auch Mimis Pixel-Wild-Logo und Pigismus als Profilbild-Logo und Kalastelios Input-Logo, alle ins Finale. Spielt alles gar keine Rolle. Wir vergessen jetzt einfach, ähm, die ersten beiden Abstimmungen. Aber, wie können wir das Ganze jetzt etwas fairer gestalten? Wie können wir dafür garantieren, in Anführungszeichen, dass es, dass das Ganze fair abläuft? Und das ist halt das Problem. Ich wüsste einfach nicht, wie. Vielleicht fällt euch was ein, wenn uns nichts einfällt, dann... Ich weiß auch nicht, wie wir das Problem handhaben. Ich hätte nicht gedacht, dass es, dass, dass es da überhaupt zu Ungereimtheiten kommt. Aber scheinbar ist es so passiert. Oh, ich habe gerade eine Benachrichtigung reinbekommen. Gucke ich mir später an. Spielt gerade keine Rolle. Ähm, ja. Vielleicht fällt euch was ein. Es tut mir leid, die dritte Abstimmung wird auf jeden Fall kommen. Auf die eine oder andere Art. Ich werde nicht entscheiden, welches, ähm, welches gewonnen hat, welches Logo. Wobei man davon ausgehen könnte, dass der Pixelwald wahrscheinlich gewinnen wird. Aber es ist halt nichts sicher. Es könnte genauso gut das Arme-Logo oder das Herz-Logo sein. Ähm, es ist halt nichts sicher. Darum geht es auch gar nicht. Ähm, es geht halt viel eher darum, wie man das Ganze fair gestalten kann. Es geht nicht darum, wer gewinnt, sondern es geht eher darum, warum gewinnt dieses Logo. Gewinnt dieses Logo, weil es wirklich das beste Logo ist? Oder gewinnt das Logo einfach, weil der Freundeskreis der Person am größten ist? Keine Ahnung, stellt euch vor, Carlos Delio hat jetzt 100 Freunde und bittet alle 100 Freunde darum, für ihn abzustimmen. Und das ist halt nicht Sinn und Zweck dieser Sache. Finde ich persönlich. So macht das keinen Sinn. Es widerspricht im Grunde dem Grundgedanken hinter dieser Abstimmung. Es geht ja darum, wirklich, dass das schönste Logo gewinnt und nicht, dass die beliebteste Person gewinnt. Und auch nicht die Person, die die schnellsten Fake-Accounts erstellen kann, sondern wirklich, es geht ja um das Logo, um das Bild an sich. Und, ja, und das sehe ich irgendwo jetzt gefährdet. Und, ja, tut mir leid, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Ich habe jetzt anderthalb Stunden drüber nachgedacht und mir fiel nichts Sinnvolles ein. Und das ist halt auch ärgerlich. Ich hatte viele Ideen, aber irgendwie kam ich immer auf das Problem, dass es entweder sehr viele andere Leute ausschließen würde. Also, ich auf gut Deutsch nur verifizierbare Stimmen werten würde. Oder, dass es dann darauf hinausläuft, dass es halt auf gut Deutsch genauso unsicher ist wie vorher und nichts ändern würde. Und das ist halt schwierig, weil, wie kann ich die Stimmen verifizieren, ohne jemanden auszuschließen? Und das geht halt am Ende irgendwo nicht wirklich. Also, mir fällt nichts ein. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass man halt Fake-Accounts hat oder dass man im Grunde seine ganzen Freunde dazu bringt, sich selbst zu wählen. Wie kann man das Problem minimieren? Und, ja, vielleicht habt ihr eine Idee. Ich wünsche euch viel Erfolg beim drüber grübeln. Ich hatte keinen. Vielleicht fällt mir aber noch was ein. Ich danke fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Und ich danke für eure Teilnahme an den zwei Abstimmungen. Und eine dritte Abstimmung wird in irgendeiner Form kommen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Vielleicht fällt mir auch selber noch was ein. Also, ich entschuldige mich erstmal an der Stelle nochmal wirklich, dass die dritte Abstimmung nicht startet. Nicht planmäßig. Und, ja, tschüsseli. Bis zum nächsten Mal. Euer Donfi.